Hey und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Ich bin Charlie, ich bin 13 Jahre alt und ich werde von nun an Videos mit meinem Junghund Oskar machen. Er ist ein Lagotto Romaniolo, auf Deutsch ein italienischer Wasserhund und er ist zu diesem Zeitpunkt 9 Monate alt. Dass er ein Wasserhund ist, das sieht man auch hier in diesem Video. Das ist ein Schwimmvideo, das macht er häufiger. Er schwimmt auf den See hinaus, holt ein Stöckchen und bringt es ihm wieder zurück. Auf diesem Kanal werdet ihr Videos finden wie One Day with Oskar, Agility Trainings und viele weitere Sachen. Ihr könnt auch gerne Video-Wünsche äußern. Und jetzt muss ich mich einfach nochmal bedanken. Und zwar habe ich jetzt einfach 37 Abonnenten. Vor drei Tagen hatte ich noch 13. Jetzt sind es 37. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über jedes Abo, das dazukommt. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass euch meine Videos gefallen. Denn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen, aber das ist für erfahrene YouTube-Nutzer ja jetzt nichts Neues mehr. Gleich werdet ihr ein paar Videoclips sehen, wo ich ein paar Tricks mit Oskar vorführe. Also, naja, Tricks in Anführungszeichen. Das werde ich auch häufiger mal machen, so Trick-Update. Da könnt ihr dann auch gerne Trick-Wünsche schreiben. Hier, das nennt sich Kaboom. Ich halte ihm sozusagen eine Pistole hin und erschieße ihn. Man sieht leider meine Füße unten, aber es ist jetzt egal. Diesen Trick habe ich Huckepack genannt, weil es klar ist, er springt auf meinen Rücken und ich trage ihn. Und an der Seite guckt er so runter. Das ist total niedlich. Und als nächstes kommt so ein kleines Agility-Video. Da ist er über eine Stange gesprungen. Und das habe ich in Slow-Mo gefilmt, weil ich es einfach so cool fand. Das werden wir auch häufiger machen. Also so Agility-Training, da werde ich euch mitnehmen. Und er hat viel Potenzial. Manchmal hat er nicht so viel Lust, aber das wird sich noch ändern. Wie gesagt, er ist ja auch erst neun Monate alt. Und jetzt blende ich euch nochmal ein paar weitere Bilder ein. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen und ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.